Herzlich Willkommen! Ich freue mich besonders, dass ich heute die Expertin zum Thema Internet und Schule bei mir sitzen habe, und zwar Barbara Buchecker, pädagogische Leiterin von saferinternet.at und ich möchte heute mit dir ein bisschen im Detail darüber sprechen, wie es aussieht im Lebensalltag von Kindern, Schülerinnen und Schülern mit dem Internet, der Umgang damit und vor allem, was Lehrerinnen und Lehrer da wissen müssen, beachten müssen und wie sie am besten mit der Situation umgehen, dass ihre Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich schon gar nicht mehr offline sind, oder? Und auch manche der Lehrenden sind nicht mehr offline. Also wenn wir heute das Leben von Kindern anschauen, dann ist ihr Einstieg in das Internetzeitalter mit ein, zwei Jahren. Noch sind es nicht die eigenen Geräte, aber ich glaube, das ändert sich gerade. Die Gerätenutzung der Kinder betrifft immer jüngere Kinder und eben im Schulalltag sind die Kinder durchaus erfahren, sie sind mit viel konfrontiert, sie haben auch schon einiges erlebt, manches Nettes, manchmal weniger Nettes. Und da kann schon vorkommen, dass sie ihren Lehrenden etwas voraus haben. Das heißt, die Kinder kommen mit viel Erfahrung und viel Tun in die Schule und erleben dann einmal oft nichts. Die große Ernüchterung. Die große Ernüchterung, das Bedürfnis aber nach Geräten. Und alle, die in der Schule zum Beispiel mit Tablets arbeiten, erzählen, dass die Kinder sehr viel motivierter sind, wenn sie in irgendeiner Art und Weise digitale Geräte verwenden dürfen. Jetzt ist natürlich die Motivation nicht alles und man muss sich auch immer fragen, ob in jeder Situation das digitale Gerät auch einen Mehrwert bringt. Und das ist ganz sicher nicht so. Aber ich kann eigentlich diese digitale Welt der Kinder und Jugendlichen auch nicht komplett draußen lassen, weil sie einfach so wichtig sind für die Kinder. Und ich ja auch im Lehrplan eigentlich de facto immer stehen habe, die Lebenswelt der Kinder, der Jugendlichen, der Schüler und Schülerinnen einzubeziehen. Und das ist sicherlich etwas, was sehr sinnvoll mit den digitalen Geräten auch passiert. Das kann jetzt sein, dass ich wirklich mit den Geräten selbst arbeite. Ich weiß nicht, dass Handy so im Sinn Bring Your Own Device einbeziehe. Aber es kann auch sein, dass ich es als ein Thema verwende, dass ich es zur Reflexion verwende, dass ich einen Deutschaufsatz zu einem dieser Themen schreibe, der halt rund um die digitale Welt geht. Und der kann dann noch ganz handschriftlich auch erfolgen. Das bringt mich jetzt auf den Gedanken der Medienkompetenz, die man natürlich bei den Schülerinnen und Schülern fördern muss. Da geht es um Themen wie Filterblasen, wie das Verifizieren von Quellen, Quellenkritik überhaupt erst einmal üben, lernen. Und allein auch der Umgang mit der Informationsflut. Weil wenn ich eine Arbeitsaufgabe anleite und das Internet einbeziehe, eine Internetrecherche, dann muss ich ja als Lehrperson erst einmal das Bewusstsein dafür schaffen, was ist eine verlässliche Quelle und wie gehe ich mit den vielen Suchergebnissen, die ich über eine Suchmaschine finde, überhaupt sinnstiftend um, oder? Und auch welche Suchmaschine verwende ich? Auch welche Quellen verwende ich? Ja, natürlich, das ist eine große Herausforderung. Und wenn ich so in der Praxis mit Lehrenden rede, dann sind die genauso überfordert. Also das ist nicht nur eine Sache, wo unsere Kinder und Jugendlichen sich schwer tun. Da tun wir uns alle schwer. Es gibt ja auch mehr und mehr Seiten, die sogenannten Faktenchecker, in Österreich wäre das zum Beispiel Mimikama, die einfach auch hier helfen und Fake News sozusagen aufdecken. Aber zu diesem Suchen oder dieser Informationskompetenz gehört ja nicht nur dazu, dass ich beurteile, ob eine Webseite richtige oder falsche Inhalte hat, sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Es gehört zum Beispiel auch dazu, wie formuliere ich einen Suchbegriff. Also die geben einfach einen Satz in Google ein oder sogar in YouTube und suchen sich dann das Video dazu. Einen Suchbegriff zu formulieren, fällt Ihnen ganz, ganz schwer. Also es sind ja durchaus unterschiedliche Aspekte. Und das sind Sachen, die für Jugendliche und für Kinder wirklich ganz, ganz schwer sind. Und die muss man wirklich ganz häufig üben. Üben. Üben, 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 miteinander üben und hier auch als Lehrkraft ein Vorbild sein. Jetzt interessiert mich noch, was du dazu sagst, wenn man Tools verwendet, Apps verwendet im Unterricht, die Lernquizze zum Beispiel oder andere Apps, die eingesetzt werden. Da gibt es ja auch vieles zu beachten. Absolut. Also es hängt ein bisschen vom Alter der Schülerinnen und Schüler ab. Also was empfehlenswert ist, wenn ich Tools einsetze, dass ich mir so etwas wie ein pädagogisches Konzept überlege, warum nutze ich dieses Tool, was für einen Zweck soll es erfüllen, und was sollen die Schüler und Schülerinnen auch damit lernen. Empfehlenswert ist, dass ich die Eltern informiere und auch um Einverständnis bitte, diese Tools zu verwenden. Vor allen Dingen dann, wenn die Kinder das auf eigenen Geräten machen. Also dann ist das durchaus empfehlenswert. Also ich glaube, man kann das mit dem gesetzlichen Rahmen schon alles argumentieren, aber es ist sozusagen dieses Einverständnis, es ist irgendwie gut, die Eltern mit an Bord zu haben in diesen Dingen. Etwas, was ganz wichtig ist in all diesen Tools, die ich wo auch immer verwende, keine persönlichen Daten der Kinder anzugeben. Also auch wenn ich irgendwo die Schülerinnen und Schüler anmelden muss, hier nicht die Klarnamen zu verwenden. Ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil viele Anbieter das auch verlangen, aber da könnte man jetzt sagen, okay, das könnten jetzt eigentlich so ein bisschen auch die Grenzen sein. Oder nur Tools verwenden, die vielleicht von mir als Lehrperson eine Registrierung mit Klarnamen verlangen, aber wo sich die Schülerinnen und Schüler dann eben nicht einloggen müssen, wo sie nichts downloaden müssen und so weiter. Mir fällt zum Beispiel Padlet ein, das ich immer wieder auch im Unterricht einsetzen kann. Ja, Padlet ist natürlich etwas sehr Hilfreiches in diese Richtung. Es geht also in erster Linie darum bei Lehrerinnen und Lehrern, dass sie die digitale Lebenswelt ihrer Schülerinnen und Schüler in den Unterricht aufnehmen. Hast du noch ein paar abschließende Tipps, wie das in der Praxis funktionieren kann oder ein paar Dinge, die du uns mit auf den Weg geben möchtest? Naja, das ist jetzt sehr altersabhängig. So wird es jetzt so sein, dass die älteren Schüler, Schülerinnen, also Oberstufe, Sekundarstufe 2 sich recht wenig irgendwie in die Karten schauen lassen. Auch eigentlich ganz gern ihr Privatleben, also ihr außerschulisches Leben vom schulischen Leben trennen möchten. Und das ist bei den Jüngeren durchaus noch nicht ganz so. Also für die ist das auch noch mehr eine Einheit. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich in die Sekundarstufe 2 gehe, dann sind so Themen auch relevant. Ich kann aufgreifen, wie finanzieren sich all diese Dinge, die wir hier so nutzen? Wie zahle ich mit Daten? Wo bin ich bereit, das zu tun? Wo bin ich auch bereit, das nicht zu tun? Wie funktioniert diese digitale Wirtschaft eigentlich? Und wo ist da auch ein Unterschied zu dem, was vielleicht noch in den Lehrbüchern steht? Dann natürlich auch, gerade wenn es so in Richtung vorwissenschaftliche Arbeit geht, wo sind überhaupt Quellen im Internet, die brauchbar sind? Zum Beispiel, dass Twitter eine ausgesprochen gute Recherchequelle für den ganzen wissenschaftlichen Bereich ist. Das ist vielen Schüler und Schülerinnen überhaupt nicht bewusst. Also das wäre so ein konkretes Beispiel. Und wenn wir weiter hinuntergehen, auch hier natürlich dieses Hinterfragen. Ich habe eh nichts zu verbergen, mir ist eh wurscht, was da ist über mich. Und natürlich nach außen hin auch die obercool sind. Aber trotzdem ist es immer wieder auch wichtig, so anzuschauen, was können Konsequenzen sein? Was waren vielleicht Konsequenzen von anderen Personen? Und das müssen nicht immer nur die klassischen Dinge sein, die, ja, ich weiß nicht, irgendjemand wurde zum Vorstellungsgespräch nicht zugelassen, weil für viele Schüler und Schülerinnen ist das manchmal gar nicht... Ja, oder auch gar nicht relevant. Da ist es dann vielleicht eher wichtig, naja, was würden denn andere Leute sozusagen denken, durchaus auch deines Alters zu so einem Bild, also eher so diese Frage Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung in den Mittelpunkt zu stellen. Oder auch Gesundheitsaspekte. Instagram beispielsweise vermittelt ganz viel Fake News. Body Image. Genau, also für Jugendliche sind, wenn wir von Fake News sprechen, sind die Fake News ganz häufig in diesem Gesundheitsbereich. Also Body Image im weitesten Sinn. Ja, auch, aber auch so Sachen wie Selbstmord, ja, es ist sehr, sehr einfach im Internet nach Anleitungen zu Selbstmord zu suchen und, ja, hin und wieder passiert es halt auch, dass Jugendliche das ausprobieren und leider erfolgreich. Also auch sozusagen die, was du in... Die schwierigen Themen auch thematisieren, oder? Unbedingt. Und das kann ich vor allen Dingen gut in den Sprachen und mit der digitalen Grundbildung, die wir jetzt in der Sekundarstufe 1 zumindest einmal beginnend verpflichtend haben, ist da ja auch schon ein Schritt getan. In diesem Fach kann ich es einfach unterbringen. Da kann ich das dann sofort auch auf die Liste Digitale Grundbildung ein Punkt mehr abgecheckt. Genau, da kann ich es dann fächerübergreifend oder fächerintegrativ auch machen. Vielen Dank für die vielen tollen Einblicke. Wenn es noch mehr Informationsbedarf gibt, das glaube ich bei vielen Lehrenden natürlich der Fall ist, dann ist saferinternet.at die erste Adresse, glaube ich, wo es ganz, ganz viele Ressourcen gibt, die man kostenlos beziehen kann. Genau, also wir haben viel zum Download, viel zum Anschauen, viel zum Nutzen. Es gibt auch Quiz für Schüler und Schülerinnen. Es gibt Videos für Erwachsene zu verschiedenen Themen, die sich in erster Linie an Eltern richten. Es gibt Unterrichtsmaterialien für Lehrende, also eine ganze Bandbreite und immer wieder fällt uns auch was Neues ein. Schön. Barbara Buchhecker, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank für's Zuschauen.